Hallo Leute, hier im Hintergrund sieht man meinen Krieger, wie er seine letzte Quest abgibt, der VLV80 ja genau hier. Ja er ist endlich LV80, das bedeutet jetzt wieder neu zu Play starten und zwar mit Maze Steel, seinem Decay und meinem Krieger. Also, ja, freut euch drauf und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.